Das ist kein Problem, machen wir ein schnelleres draus. Weißt du was, dann machen wir sogar ein ganz schnelles draus. Da, very fast Inserter. Gib ihm. So. Das sollte also auch das Problem gelöst haben. Dadurch haben wir unten mehr grüne Chips, dadurch mehr rote Chips, dadurch mehr Roboter und dadurch haben wir mehr Power allgemein. Wo laufe ich hin? Gucken wir uns mal hier unten noch. Wenn ich schon hier hinlaufen will. Was sagen die Kisten? Die Kisten sagen, wir sind fast immer leer, da kommen andauernd Roboter an. Ja, ja, so war das auch geplant. Und das läuft echt gut. Ja, also wir müssen nur eine kleine Durststrecke überwinden, dass wir genug Roboter haben und dann passt das auch alles soweit. Dann können wir das da unten anschließen, dann haben wir noch mehr Kupfer und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann machen wir das gleiche auch später mit Eisen. Also, dass wir hier die Eisenfelder haben, die das Fließband durchgehen, so lassen, wie es jetzt ist. Also voll. Und dazu kommen dann noch die... Die Kisten würde füllen. Die könnte ich theoretisch aber auch schon mal vorbereiten. Oh, so. Die machen das Ganze halt andersrum. So. Kriegen jeweils eine Kiste. Die Kiste können sie jetzt schon füllen. Genau. Und wenn wir dann später Abnehmer haben, also gib mir Kisten, die blauen Kisten, dann werden die auch nach und nach leer gemacht. Schön, schön. Also Ressourcen haut soweit hin. Äh, was, was war jetzt der Plan? Wir müssen weiter töten, ne? Also die 500... Also der Plan ist jetzt, wir stellen das da her, danach stellen wir das hier her, dann haben wir Bronze. Mit dem Bronze können wir den Kristall-Mining-Drill bauen und mit dem Kristall-Mining-Drill können wir den Polisher bauen. Mit dem Polisher haben wir die Shotgun und damit haben wir die Macht. Das dauert aber eine ganze Ecke. In der Zwischenzeit müsste ich eigentlich nochmal rausfahren, um... Ja, wir brauchen noch Alien-Artefakte, um die MK2-Rüstung zu bauen. Momentan haben wir nur die MK1. Ja, MK1. Das dauert aber auch ewig. Ja gut, also... Abgesehen von rausgehen und Basenplatt fahren, was immer gefährlicher wird, kann ich momentan nicht so wirklich viel machen. Außerhalb mich mit den neuen Science-Packs beschäftigen zum Beispiel. Also das automatisieren. Und hier sind keine Aufträge mehr. Die Bauplan-Aufträge sind weg. Das ist komisch. So. Okay. Fünfer-Dinger hätte ich gerne zumindest. Es muss keine durchgehende Mauer sein, aber Fünfer hätte ich schon ganz gerne. Ja. Und die Ecke am besten verteidigt, ist klar. Bau davon mehr. Und ich brauche mehr grüne Chips im Inventar als 200. Machen wir daraus 400. Gut. Gut, 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 gut. Also, das Ding ist gesichert. Das war auch geplant. Science-Packs. Das da. Ich brauche eine Fabrik. Warte mal. Brauche ich wirklich das Rohholz für irgendwas? Das da. Ich brauche eigentlich immer das Holz. Das heißt, ich kann theoretisch eine Fabrik bauen, die aus allem Rohholz Holz macht. Oder spricht da irgendwas gegen? Bau mal, bau mal das da. Ich glaube, das spricht nämlich nichts gegen. Das ist sehr gut. Also suchen wir uns einfach irgendeine ruhige Stelle. Möglichst in der Nähe vom Hauptlager. Und setzen da die Fabrik hin, die genau das macht. Einfach nur Holz zu Holz. Hier noch ein bisschen Strom. Strom. Fabrik. Da hin. Kriegst zwei Kisten. Eine da. Eine da. Du hättest gerne Holz. Nein, keine komischen Kabel. Holz. Viel Holz. Die Kabel wieder her. So, du hättest gerne Holz. Kriegst du da ein Ärmchen. Da ein Ärmchen. Und du machst bitte. Dum 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 dum. Holz. So. Die andere Fabrik brauchte Holz und Stein. Das hier ist jetzt Eisenerz. Das ist ein bisschen unpraktisch. Hier oben Wehrstein. Was ich hätte eigentlich die Fabrik hier hinsetzen sollen. Ja komm, reißen wir mal kurz ab. Brauchen wir da wieder neu auf. Mitkommen, 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 mitkommen. So, Fabrik. Die zweite Fabrik. So. Okay. Wir brauchen mehr Ärmchen. Ärmchen, 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 Ärmchen. Du mach ein Ärmchen von da nach da. Du mach ein Ärmchen von da nach da. Du kriegst da die Kiste, die gerne Holz hätte. So. Das Holz wird von da weiter gereicht nach da. Du stellst bitte her die Science Packs und tust sie von hier aus in eine andere Kiste. So eine Kiste. Und den Überschuss an Holz. Wie machen wir das? Mit einem langsamen Ärmchen. Okay, bau bitte ein langsames Ärmchen. Und dann noch die normalen Kisten, die schon wieder fehlen. Okay. Achso. Und du machst bitte Holz. So. Du brauchst auch noch ein Ärmchen da oben. So. Da kommt die, da kommt die. Gut. Dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Forschungseinrichtung. die denn nur diese beiden Arten von Dingen es dann nimmt. Die Tech Lab. Äh. Achso. Warte mal. Ich könnte alle meine Labs aufstufen zu besseren Labs. Das solltet ihr vielleicht auch mal machen. Geh mal da lang. Die sind relativ schnell, haben zwei Slots. Wo sind die Die Tech Dinge? Die sind schon mal Geh. Oh. Was? Wir haben schon mal dezent mehr Slots. Ähm. Du geh mal weg. Wow. Dich da hin. Hä? Warum nimmst du keine Packs an? Ist komisch. Ich kann ja richtig viele Speedmobol reinmachen, aber ich kann irgendwie keine Tränke reinlegen. Achso. Du bist nur für das abgefahrene Zeug. Okay, das heißt du musst wieder raus. Du musst wieder da hin. Das klappt auch wieder. Ähm. Also diese Die Tech Labs, die sind nur für die neuen Science Packs. Die haben damit absolut nichts zu tun. Das ist ein wenig komisch. Aber na gut. Das heißt, ich setze die jetzt einfach mal ich mache hier mal so eine Blume hin, die ich erwähnt hatte. Wir nehmen also vier von den Die Tech Labs. So, vier. Ne, wir brauchen mehr Platz. Die Ärmchen müssen ja noch dazwischen. Ich glaube, ich mache das anders. Jetzt lässt mir die Kiste in die Mitte. Ja, Mitte ist wieder so ein Ding, ne? So, mit da, 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 da. Zack, 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 zack. Ja, das sieht doch besser aus. Okay. Und in dieses Ding kommen all die neuen Sachen rein. Du und du und du. Oh, das sind viel zu viele. Ähm. Advanced, Nuclear, Highlight, war es ja, das geht genau auf. Könnte glatt meinen, das wäre so geplant. Das ist ja absichtlich, die gesamten Logistiksoz hier voll gemacht hat mit irgendwelchen Tränken und sich danach überlegt hat, uff, wofür könnte man die wohl gebrauchen? Das war also erstmal alles eine hundertfache Ausführung. Und dann kriegen die hier alle Speedmodule Ormas und wenn jetzt Ausmelding 5 gleich durch ist, dann testen wir das andere Rezept. Wo bist du? Industrial Science Pack. Oh, wo hast du dich versteckt gehabt? Ich weiß genau, es gab die hier irgendwo. Nein, 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 nein. Oh Gott. Hier? Nein. Bei den Forschungsdingern war es auch nicht bei. Nein. 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 Dafür brauchen wir die schon. Ich finde das sehr frustrierend, dass man das immer so... Dialtech Science Packs. Okay. Also ein Chip sorgt dafür, dass wir... Egal. Das erforschen wir dann. Und das müsste dann ja nur hier hergestellt werden. Und das müsste dann richtig, richtig schnell hergestellt werden. Aber ja, das ist erstmal zu Ende. Dafür brauchen wir die blauen Packs. Und die blauen Packs laufen inzwischen hoffentlich wieder besser. Ja. Noch schnellere Fabriken wären auch noch schön. Das wäre halt... Das da. Dafür brauchen wir erstmal die und die. Wie auch immer wir die Fluid Science Packs herstellen. Wahrscheinlich flüssiges Eisen, flüssiges Kupfer oder so ähnlich. Oh, warte mal. Kann ich ja nachgucken. Also du bist Stufe 1. Das bist du dann richtig da. Schweröl, Leichtöl und Dreckwasser. Ach, gar keine Metalle. Das ist ja praktisch. Okay. Danach kommt... Technologie Science Pack. Brauchst Smart Insider, Plastik und Rubber. Rubber ist nicht gut. Wir haben es eigentlich gerade so automatisiert, dass alles an Resin, was wir finden, dazu verwendet wird, um da unten Samen zu machen. Das ist aber Rosam. Bau mal hier... alles ab. Auch die Strommasten. Damit ich hier immer wieder einen neuen Wald setzen kann, ohne mir jedes Mal Gedanken machen zu müssen. So, und gib mir hier davon alle. Ja, das mit dem Rubber ist doof. Dass wir für die neuen Science Packs denn das direkt das Rubber auch brauchen. Das heißt, ich muss irgendwie... das aufsplitten, wer was bekommt. Warum... tut ihr das nicht da rein? Wir wollten lieber ganz weit wegfliegen, dass wir eine Logistikkiste packen, ne? Ja gut, müsst ihr wissen. Ich hab damit nichts zu tun. Äh, achso. Die ganzen Türme können wir theoretisch auch alle abreißen, ne? Oh, ich weiß nicht. Das ist irgendwie ein sicheres Gefühl, wenn hier auch noch eine Verteidigungsreihe ist. Und das wollte ich doch eigentlich auch genau so haben. Genauso müssten wir die eigentlich auch... oder hätten wir die da eigentlich auch stehen lassen sollen. Bauen wir mal mehr Laser-Türme. Ich gucke, ob das so einigermaßen funktioniert und dann lasse ich die einfach genauso, wie sie hier ist. Oh, das Tor. Ich würde ganz gerne das Tor haben. Dafür brauche ich aber... gebrannte Steine. Die müssten hier irgendwo zu holen sein. Da. Zack. Gib mir bitte drei, vier Tore. Damit wir hier durchlaufen können. Ah, sehr schick. Lasertürme kurz abbrechen, weil ich neugierig bin. Die hinten ransetzen. So, da. Das wird das erste Mal sein, dass ich die in der Aktion... Ah, die kann einfach so reinsetzen. Sehr cool. Super intuitiv. Man kann nichts falsch machen. Gut, gut, gut. Einziges Problem, das ich halt habe, ist, dass die nur 350 aushalten. Genauso wie eine Steinmauer. Aber müssen da halt mehr Türme hin. Das passt schon. Das ist okay. So, Wald wird abgerissen. Okay. Nächste Folge. Baue ich den Wald hier komplett neu auf. Nur um ihn ein paar Folgen später wieder komplett abreißen zu lassen, damit wir durchgehend genug Rubber haben und auch genug Holz. Weil wir verbrauchen jetzt ja auch durchgehend regelmäßig Holz. und können mich weiter mit Optimierung. Und Sicherheit der Basis. Ich könnte noch ein zweites Skynet bauen, aber da bin ich so ein bisschen... Wir kommen so schon mit den Ressourcen kaum hinterher. Aber ja, das werde ich dann nach und nach so managen. Wirklich rausgehen und jetzt töten, bin ich nicht so ganz motiviert. Ich denke einfach mal, ich habe noch genug zu tun. Und wenn das genug zu tun irgendwann durch ist, dann kommen auch die Königin und wir können regelmäßig die Königin Leichen einfach zu Science Packs verarbeiten. Ja, okay. Dann bis gleich.